hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde poly bridge ich habe die brücke jetzt wieder fertig gestellt allerdings mal wieder nicht unter budget also möchte ich da später irgendwann noch mal richtig dran basteln und dann budget aber ich zeige es euch noch mal ich habe hier eine kleine straße gebaut für den bus das auf die untere straße fährt und durch ziel kommt die straße konnte ich leider nicht mit der anderen straße verbinden weil man hochziehen hat alles immer auseinander wurde immer alles auseinander zerrissen und dadurch dass die straße mit der unteren straße nicht verbunden ist wird die pneumatik hier die straße dann hochziehen und die bleibt an der stelle wie sie ist der lkw fahrer fährt einfach die straße kaputt fährt weg und ja schauen wir uns das ganze mal an ist alles ein bisschen wackelig hier teilweise ziemlich viel rote stellen jetzt sehen wir hier die straße sie wird jetzt einfach weg gerammt und er fährt hier ganz locker und flockig hoch ins ziel so dann schauen wir uns jetzt mal die nächste runde an busse zwei doppeldecker a nach b b nach a dann schauen wir mal noch mal ein stahlträger aber hier auch ein stahlträger dann nehmen wir jetzt mal holz das haben beide also gleichzeitig okay der stärker durchfährt dann bleibt doch der eine stehen doch bleibt doch gleich stehen dann der andere wieder zurück ah Mist da zieht anscheinend die handbremse an wenn er stehen bleibt na gut ähm ja anhalten wie machen wir das das muss ja alles mit einmal jetzt klappen wenn einer drunter fährt einer drüber fährt straße habe ich umgegrenzt das ist gut ne da muss es weiter also können wir es lassen stahl ach budget ist ohne grenzen auch das ist ja geil kann ich alles hier im stahl bauen das ist die letzte runde mit budget ohne grenzen ich habe alles zur verfügung obwohl die hydraulik bringt hier ja nicht Kabel so ach der kommt da nicht hoch na gut dann müssen wir hier mal ein bisschen runter gehen jetzt aber aber noch nicht ich mache den abuscheln ja Oh. nur mal Stahl 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 für ein unbegrenztes Budget immer Stahl 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 soo er ist aber bombenfest na, noch nicht ganz bombenfest wir hauen ja gleich alles voller Stahl Das hat die Brücke sehr rissen. Hä, lol, was ist denn das? Was ist denn das? Ist das nicht geil? Warte mal. Dadurch, dass er weiterfährt, geben die Reifen nochmal ein bisschen mehr Antrieb. Ah, jetzt bleibt er da stehen. Das ist ja mal richtig geil. Warum steht er über dem Budget? Ich habe doch unbegrenzt ein Budget. Ach, egal. Ach Mist. Musch und Stahlträgerei. Stahl. Dann muss ich gleich mal ein bisschen langsamer machen. Erstmal schneller. Und jetzt 50% um zu schauen, bei wem er genau stehen bleibt. Okay. Das ist der. Ey, vor allem, wir sind die Grenzen zusammen gebrochen. Das ist ja auch komisch. Bei 100% läuft es gut. Weil, wie langsamer und schneller macht, läuft es ein bisschen anders. Ach, hier fehlt ein Stahlträger. Wenn sie ein Stahlträger mit einem Stärker wird, unterbricht er ein. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob wir schießen können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht wiedersehen. Aber wir lesen haben dich schon, einmal ein Storträger. Ich weiß nicht, ob wir ein Stahl. Ich weiß nicht, ob wir das nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir es nicht mehr haben. Ich weiß nicht mehr. Wollower ist nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob wir die Wollower sind wiederum. Könnt ihr noch weiter rüber schieben? Nee, geh nicht. Ah, leider. Eins, zwei, drei. Wer sitzt da noch? Der Wack geht hier die beiden Holzstücke. Voll witzig. Was? Fahr! Fahr! Ja! Nein! Der fährt nicht mehr. Stahl. Könnte da noch einer rein. Zack, zack, drei. Machen wir es so nochmal. Los, jetzt fahr! Das ist eine englische Brücke, wollte ich nur sagen. Deswegen. Ah, da. Der hängt noch fest. Los! Das schaffst du noch! Schneller! Schneller! Das schaffst du noch! Schaff das noch? Ich denke nicht, oder? Der kracht immer mehr zusammen. Knack, knack! Okay. Neuer Pferd. Äh, scheiße. War das der hier? Ich glaube, der war das. Holz. Oh, nicht so schnell. Schnur ist hier gerissen. Ja! Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Riecht die Brücke noch ein. Ich habe mich gerade schon so gefreut, dass ich das geschafft habe. Aber nein! Wer hängt da fest? Warte, ich lass mal bei 300% durchlaufen. Immer noch. Wer hängt da fest? Wer klappt die Brücke rum. Und dann hängt er. Da ist er ja lockerer, wenn ein Splitt drüber ist. Jo! Ha! Perfekt! Ja! Das war mal wieder eine Runde Poli Bridge. Schau mir noch mal die nächste Runde an. Ups! Ja! Okay. Das war die letzte Runde. Ähm. Ich gebe es zurück auf der Map. Und da haben wir unsere drei Brücken, die wir nicht im Budget geschafft haben. Die werde ich mal probieren unter Budget. Und dann würde ich euch die Brücken so zeigen, wenn ich sie unter dem Budget geschafft habe. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also. Dann wird wahrscheinlich meine letzte Folge Poli Bridge. Also ist das jetzt meine vorletzte Folge Poli Bridge. Ich werde noch eine machen. Mit die drei Brücken, die unter dem Budget sind. Vielleicht werde ich nochmal alle Brücken im Schnelldurchlauf in einem Video zeigen, die unter dem Budget sind. Und. 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 Also sprich. Äh. Die ganzen Sachen, die einfach ausschneiden. Ob man das 4 Levels gewesen ist. Kann mir gar nicht so lange von. Na ja. Ehe. So. Ich habe mich gefreut, dass ihr die Reihe Poli Bridge geschaut habt. Und. Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Folgen von mir weiter schaut. Zum Beispiel Minecraft oder mein Facebook Spiele, die ich da angefangen habe. Und ab und zu mal weiter spielen werde. Äh. Wenn ihr noch andere Facebook Spiele sehen wollt. Schreibt mir das in den Kommentaren. Ich habe schon drei Spiele gekriegt. Äh. Die ich spielen sollte. Allerdings sind das alles Handyspiele. Und. Ja. Ich habe irgendwie kein Programm, um ein Handyspiel aufzunehmen. Auf dem Rechner. Aber vielleicht schauen wir das ja auch noch irgendwann. Na gut. Okay. Das war's dann. Fürs Erste. Ich hoffe euch haben die Folgen gefallen. Ich würde mich freuen bei uns. Zunächst mal. Bis dahin. Bye bye. Tschüss.